Florian Cheese Das ist 5 Mal, aber nicht viel lange Wer hat sie gekommen? Ja, konzentrieren Sie mich bitte nochmal per Tracht kommen Ruf ich doch selber an, aber noch gar ab! Ja, wird so geschehen kommen Du bist nicht nur gesprecht, oder? Du bleibst! Boah! Das ist der Next Level! Das ist der Next Level! Ja, der hat mich gewickt! Das ist der Typ, das ist der Typ, Alter, ich muss schnell weg! Scheiße, man! Piddy ist Patch! Hallo? Ja, hallo? Sollte ich gegen Wind fahren. Ich glaube, ich habe einen guten Tag. Nee, ich bin eigentlich hier zu Hause. Wie, du bist hier zu Hause? Ja. Du bist vom FIB? Oder wie? Ich möchte nicht in dein Auto steigen. Was bist du denn für eine Ratte? Ist das gut, wirklich? Warum bedrohen sie mich hier? Hallo? Der Herr im Grauen schafft einmal aussteigen. Ah! Alles klar, perfekt. Dann kommen sie mal auf den B2-Kolle steigen. Okay, und der Strohlaufer ist der neu. Ja! Ey, Kako, der hat gerade einen grünen Fleck in der Fresse. Ach, gar nicht. Ist so, ist so. Ah, verdammt! Verdammt, das kann ich mal! Hau den um, Alter! Hau den um, Alter! Hau den um, Brog, Alter! Nein! Ey, ich freue O.G. auf! O.G. Call, lass mich in die Ruhe! O.G. Call, lass mich in die Ruhe! Du bist O.G. Frog, man! Lass mich in die Ruhe! O.G. Call! Lass mich in die Ruhe, O.G. Call! Lass mich in die Ruhe, O.G. Call! O.G. würde niemals so eine Farbe anziehen, Alter! O.G. Call! Ja, voll! Tankenhaus live geschlagen, oder was? Jo! Boah, Mädel, ey! Schneid dir gleich deine Fingernägel ab! Aber niemand ist schon vor Ort! Und er hat's verdient! Der hat so eine große Fresse! Niemand hat's verdient, Mann! Doch, der schon! Ehrlich! Der ist, der ist ekelhaft! Wieder mal schnell! Hose, Tür! Du wirst ja nicht in den Kopf, Mann! Beim nächsten, dann ziehst du dir vielleicht mit die Uhrzeit ein bisschen mehr an! Nicht, dass wir noch eine Blase sind, so ne cooles Mensch! Es ist nicht so, dass wir Männer nicht abgeneigt sind! Guck mal, da kommt der Erste schon, ne? Pass mal auf! Warte mal, du nennst dich Wichser! Komm her, Junge! Hört auf die Frau unsillig anzufassen, ich bin er! Junge, ich bring dich ins Krankenhaus, Alter! Ey, du legst mich... Lauf, Junge! Du glaubst noch nicht im Ernst, dass ich in den Kindergarten mitmache, Alter! Alter, bin ich erschrocken! Niemand hat's verdient, Mann! Ach du Scheiße! Aua! Junge! So, du im Schwarzen bitte einmal ranfahren oder Shepard! Hast du's gehört? Fahr ran und bleib stehen oder es knallt? Bleib stehen! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Hallo, können Sie bitte aufhören? Ranjita, Lotha! Hallo, hallo! So! Stehen bleiben, Kollege! Aussteigen! Hilfe! 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 Der Schwarze schießt auf mich! Der Schwarze schießt auf mich! Der Schwarze schießt auf mich! Der Schwarze, stehen bleiben! Der Schwarze, stehen bleiben! Einmal aussteigen! F**k you! Big f**k you, Kollege! Einmal Hände hoch! Jaaaa! Einmal... Ja, aber Gerard, wenn es daran liegt, dann ist es total scheiße. Muss ich dir leider sagen. Ich glaube nicht, dass... Ach, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Das ist einfach behindert, bro. Ich hasse es selber. Ey, OG, wie gesagt, du hast die Befehlsgewalt. Du kannst machen, was du willst. Ich gehe mal ein bisschen raus, frische Luft schnappen. Mach, was du willst, brother. Alter. So eine Pisse wieder. Ey, Leute. Also ich sag's euch mal so, ne? Also ihr seid meine Familie und ich hab euch alle lieb. Oh, komm, wir sind keine Familie, Mann. Ne. Ich bin bei dir, komm. Komm, komm, komm. Runde, komm, komm. Runde, ja nicht. Komm, ich mache gleich aus, Mann. Zeig zwei aus, hier vorm Park. Kommt doch her in. Du musst ja nichts, Mann. Drei gegen ein, Junge. Trotz ist die Gitarren. Das ist mein Home-Info! Schieß doch nicht! Komm mal her! Das ist mein Home-Info! Zieht weiter! Zieht weiter! Fick die! Schieß doch nicht mit Leute! Schieß doch nicht mit... Hör mal! Leg dich schon auf da! Leg dich mal hin hier! Hör mal! Ey, du wär in die Rede! Wöhr Jungs! Das sind 290! Ja man! Ach komm! Mit den Menschen hab ich keine Lust zu reden! Wollt ihr mich verarschen? Auf gar keinen Fall, ne? So, was wollt ihr jetzt? Entschuldigung, was meinst du? Also... Ich sag euch wie es ist, ne? Ihr habt jetzt ne Stunde Zeit mit ihnen zu bringen oder wir kommen und holen uns hin, ne? Warte, 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 warte! Was ist das? Wir haben ne Stunde Zeit! Warte, warte! Ich hab's gerade nicht akustisch verstanden! Was hast du gesagt? Ihr habt jetzt ne Stunde Zeit, ne? Ja! Und, ähm... Ja, gut! Perfekt! 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 Hä? Jawoll, Digga! Da geh ich doch gerne für ins Koma, Digga! So, besetzt die Autos! Besetzt die Autos! Da geh ich doch gerne für ins Koma, Digga! Haha! Digga, lass doch nicht so! Hä? Und dann mir sagen, Digga, der kommt zu ner Liederschaft und redet so! So, ja gut! Ab geht's, Digga! So sehen Siege aus! Schalalala! So sehen Siege aus! Schalalalalala! Wie frisch, Alter! Wie redest du? Ab nach... Ey! Ey! Hallo! Ich werd weggefickt! Ich werd Zeugen 1! Komm her! Weg mit dir, Alter! Ich zieh... Warte mal kurz! Hallo! Dann fickst dich! Komm her, du Kleiner! Komm her! Komm her! Komm her! Komm! Wir ficken dir! Das sind schon viele! Komm! Liegt schon, Alter! Drei Leute hab ich gut, Digga! Komm! Der vierte jetzt, Digga! Vier Leute hab ich gut! Komm! Der fünfte jetzt! Komm! Der fünfte jetzt! Komm! Du bist der fünfte jetzt, Alter! Komm! Du bist der fünfte! Der fünfte! Der sechste! Der fünfte kommt! Oh mein Gott! Das macht wirklich gut, okay, gut. Okay, cool! Hey! 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 Bis zum nächsten Mal.